Es gibt drei Befeine. Nach der Entrance wird es gesteckt. Ich mache Kontakt und beginne mit dem Erbeeren. Natürlich, mit dem Erbeeren starte ich mich. Das ist der Grund, dass ich den Pushe. Der Pushe nicht in dieser Art. Der Pushe nicht in dieser Art. Ich sehe seine Protektion. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich den Pushe nicht. Ich mache den Pushe. Er wird hier in der Mitte. Wir fangen und werden immer weiter. Oh, ich sehe die Grip. Ich sehe die Grip. Wir machen den Pushe. Ich schreibe es. 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 Alles nine. Wird er weiter. Okay. 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 Okay.